Mach mit beim neuen Projekt der Kunstwerkstatt Stille Post Gehe zur Kunstwerkstatt Bad Kreuznach auf der Altenaerbrücke. Dort findest du am Balkongeländer einen weißen Briefkasten. Hol dir einen Umschlag heraus. Darin findest du ein Blatt Papier mit einer bildlichen Inspiration für dich. Gestalte du nun die rechte leere Seite mit deiner bildlichen Antwort. Zeichne, male, drucke oder kollagiere. Du hast alle Freiheiten dazu. Weitere Infos findest du im Briefenschlag. Ist dein Bild fertig, dann wirf deinen Umschlag in das Abgabefach des Stille Postbriefkastens. Jeder kann mitmachen. Entdecke, was du kannst.